Die Veranstaltung vom Gemeinsamen Sicher, das ist die vorletzte Station, wir sind schon in anderen Bundesländern gewesen. Wir haben sehr viele Erkenntnisse aus den Pilotregionen gezogen, wo auch eine in Niederösterreich gewesen ist. Warum geht es? Es geht ganz einfach um eine Gesellschaft vom Wegsehen zum Wegsehen zum Hinsehen zu bringen. Es geht darum, dass wir die Gesellschaft involvieren in die Frage der Sicherheit. Nein, denn lange Zeit war es so, dass für 600 ist der Doktor verantwortlich, für die Ausbildung der Lehrer und für die Sicherheit der Polizei. Ja, die sind kompetent, die sind im Wesentlichen die ersten Ansprechpartner, aber es ist genauso, muss jedes einzelne Niederösterreicher, jeder einzelne Niederösterreicher ein Anliegen zu sein haben, dass man für die Sicherheit auch einen eigenen Beitrag leisten kann. Und eigentlich soll. Ich glaube, das zeigen sich in den Versuchen, die wirklich gut kommen, wo sie eingebunden sind. Wie schaut das aus? In einem Sicherheitsforum, wo der Sicherheitsgemeinderat, der Sicherheitsbeauftragte aus der Polizei und die Sicherheitspartner zusammenkommen. Sicherheitspartner sind auch die Blaulichtorganisationen und jeder unbescholten Bürger, der sich dazu bekennt. Was will man damit erreichen? Das fängt an bei der Schulwegssicherung und hört wirklich auch bei der Prävention bei Einbrüchen auf. Man möchte aber auch viele dieser Plätze, die heute die Leute oft meiden, wieder mit einer neuen Identität versehen. Viele Menschen schauen gewisse Orte. Einmal waren es Bahnhöfe, dann waren es wieder bestimmte Plätze, dann sind es dunkle Winkel. Was kann man da tun? Man kann vieles tun und nicht nur mit der Polizeiarbeit, sondern mit allen gemeinsam an einem Strich ziehen. An einem Strang ziehen. Das beginnt, dass die Gemeinde vielleicht den Park neu organisieren kann. Einen Spielplatz reinmacht oder gleichzeitig die unübersichtlichen Stellen beseitigt. Eine neue Beleuchtung. Das kann sein, dass sie mit Sozialarbeitern dort auftritt, um jene Jugendlichen, die sich dort vielleicht nicht ordnungsmäßig dort aufhalten und konform aufhalten, auch zu betreuen, zu begleiten. Das kann sein, dass die Nachbarn auch hier das beobachten, was hier passiert. Und es kann vor allem die Polizei sein, die da mehr bestreift. Und dann wird sich dort auch das Sicherheitsgefühl wieder heben. Wir haben die Expertise aus unseren Pilotregionen, aber vor allem viele Erkenntnisse aus vielen Ländern in Europa und über Europa hinaus. Dass sich auf der einen Seite das Sicherheitsgefühl mit solchen Aktionen ganz wesentlich heben lässt, weil man mit einbezogen wird. Und gleichzeitig die Kriminalitätsrate senkt. Wir haben eine kuriose Situation. Es gibt den Bundeslern, da haben wir die höchste Anzahl an Polizisten pro Kopf. Dort haben wir die geringste Kriminalitätsrate und trotzdem das Sicherheitsgefühl ist am schlechtesten. Sicherheit ist nicht nur etwas, was man numerisch, taxativ auch erzeugen kann. Da braucht es auch das richtige Gefühl. Und ich glaube, da hat die Polizei den richtigen Schritt gesetzt, auf die Leute zuzugehen, als Experte sie zu begleiten und zu beraten. Das hat in Niederösterreich eine große Tradition erinnert mich, was wir mit dem Landespolizeidirektor auch in der Womberförderung früher getan haben. Da ist vieles auch in den Beratungen gesprochen. Und jetzt geht es im Gemeinsam sicher um alles und das Gesamtheitliche. Da kann es eben bei der Womberförderung genauso oder bei der Präventionsberatung, wie kann ich mein Eigentum schützen, darum gehen, wie eben schon in den sie genannten öffentlichen Räumen der Bevölkerung wieder zurückzugehen. Denn eines wollen wir nicht akzeptieren, dass neun von zehn Frauen in der Nacht bei bestimmten Plätzen nicht mehr vorbeigehen wollen, dass sie sich fürcht oder Angst haben. Und das darf in Niederösterreich und in allen anderen Bundesländern nicht der Fall sein. Und da soll die Aktion gemeinsam sicher eine wirksame, eine wirklich auch breit angelegte Aktion sein. Und so wünsche ich mir von den Gemeinden, dass sie ihre Sicherheitsgemeinderäte nominieren und wir sie einladen können zum gemeinsamen Sicherheitsforum, dass wir auch wirklich in der Lage sind, hier zu einer Sicherheit, die schon sehr hoch ist im Vergleich zum europäischen Schnitt, dass wir dort noch weiterhin zulegen können. Fragen? Die Erfahrungen aus dem Pilotprojekt sind sehr, sehr, sehr erfolgreich. Gestern war es eine Delegation von Bürgerinnen und Bürgern aus Scherding, aus dem Bezirk Scherding da, die aus dem persönlichen Gespräch gesagt haben, erstens fühlen sie sich besser verstanden, zweitens haben sie mit wertvollen Hinweisen auch in der Gemeinde Veränderungen herbeigebracht. Ihr seht ja nicht jeder, wo eine Gasse nicht beleuchtet wird, wo einfach auch andere Sicherheitsbekämpfungen sind. Es geht ja nicht nur immer um die Kriminalitätsbekämpfung, Sicherheit ist ein umfassender Begriff. Und durch das Einbeziehen fühlen sie sich auch für ihre Gemeinde oder für ihren Stadtteil oder für ihre Siedlung verantwortlicher. Wir fragen jetzt aus der Exekutive, was sind die Beamten, ist das mehr Aufwand, ist das weniger Aufwand? Allerlong wird es ein Weg ringer aufwand, wenn die Kriminalitätsrate sinkt. Am Anfang ist es sicherlich so, dass wir auf der einen Seite durch Schulung unserer Leute wirklich vor Ort, aber auch mit personellen Kapazitäten an den Bezirkskommanden natürlich auch etwas einbringen müssen. Aber allerlong wird es sicherlich zu einer Entlastung kommen, auch zu einer mentalen Entlastung. Und wann soll es das zu flächendeckend geben? Ab 01.01.2017 starten wir in die flächendeckende Versorgung. Dankeschön. Fragen? Danke sehr. Aber ich kenne Fragen, die Sie nicht. Ich glaube, das ist das Berichtnis. Sehr gut. Danke sehr. Aber herzlich eingeladen. Vielen Dank. Vielen Dank.